Aus Würzburg zugeschaltet ist jetzt Professor Andrew Ullmann von der FDP. Er ist gesundheitspolitischer Fraktionssprecher der Liberalen. Herr Ullmann, ich grüße Sie. Ich grüße Sie ebenfalls, Herr Simon. Sie drängen ja jetzt auch auf ein Ende aller verpflichtenden Corona-Maßnahmen. Aber fällt das nicht in den Zuständigkeitsbereich des RKI und oder des Bundesgesundheitsministers? Teilweise ja, teilweise nicht. Wir haben eine Situation, die eine Endphase der Pandemie quasi einläutet oder darstellt. Wir haben zwar immer noch Infektionen, aber eine Überlastung des Gesundheitssystems wegen schwerer Erkrankungen existiert nicht. Wir haben nach wie vor niedrige Fallzahlen von schwer erkrankten Menschen wegen Covid in den Krankenhäusern. Wir haben effektive Impfstoffe mit einem Infektionsschutz vor schweren Krankheiten. Wir haben auch effektive antivirale Medikamente, die ebenfalls einen schweren Verlauf das Risiko zumindest minimieren können. Und wir haben eine Basisimmunisierung von über 95 Prozent in der Bundesrepublik Deutschland, sodass wir jetzt über Ausstiegsszenarien sprechen können und hier explizit auch von der Maskenpflicht zur Maskenempfehlung wechseln könnten. Und hier haben die Länder die Möglichkeit, entsprechende Regelwerke auszusetzen oder einzusetzen. Das war ja ein Werkzeug, das ja von Seiten der Länder gewünscht war. Und bundespolitisch wäre es gut, wenn wir nochmal die Diskussion aufdröseln würden und auch überlegen, ob wirklich diese Maskenpflicht noch in dieser Art und Weise notwendig ist. Und ob wir nicht doch zu einer Maskenempfehlung übergehen können, sodass jeder selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln kann. Die Eigenverantwortung ist das eine, aber der Bundesgesundheitsminister hält ja stramm dagegen, warnt immer wieder vor der nächsten Corona-Welle. Der Mann ist ja auch selbst Mediziner. Hat Herr Lauterbach somit keine Ahnung? Das würde ich nicht sagen, Herr Lauterbach hat natürlich auch Ahnung. Aber wie es in der Wissenschaft auch üblich ist, kann man durchaus für eine Datenlage unterschiedliche Interpretationen herleiten. Und da muss man halt auch darüber debattieren. Wir haben im Augenblick ein Infektionsschutzgesetz, das explizit die vulnerablen Menschen schützt. Das heißt Maskenpflicht in Krankenhäusern und in Einrichtungen und in Praxen. Und wir haben eine Maskenpflicht in Zügen, was wir immer schon kritisiert haben als nicht notwendig. Das ist auch nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Aber genau in den vulnerablen Bereichen, wo Menschen dort vor allem häufiger vorkommen, müssen wir nach wie vor, das ist auch unsere Pflicht, zu schützen. Aber ich bin überzeugt, dass die Wellen, die wir erleben werden, Infektionswellen ausschließlich sind, wir bis jedes Jahr zum Winter her kennen, ob jetzt Erkältungsviren oder auch Grippenviren. Deshalb können wir eigentlich die verpflichtenden, staatlichen vorgesehenen Maßnahmen auslaufen lassen. Und da übergehen, wie wir es all die Jahre immer hatten, dass hier ein Selbstschutz immer natürlich möglich ist durch entsprechende eigenverantwortliches Handeln. Und auch das selbstbestimmte Handeln ist hier essentiell wichtig. Und meine Sorge, muss ich ganz klar sagen, ist eher Richtung Grippe als mit Covid-19. Denn da könnten wir durchaus da eine größere Welle erwarten in diesem Jahr. Einige Bundesländer sehen das ja offenbar genauso wie Sie. Und kippen die Isolationspflicht für Corona-positiv getestete Menschen, so jetzt wie etwa heute Schleswig-Holstein. Hamburg dagegen hält an den Maßnahmen weiter fest. Wie sollen damit Berufspendler umgehen oder Menschen, die zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein hin und her fahren? Da dürfte es ja einige geben. Ja, wir haben halt in Deutschland föderalistische Struktur und da ist Gesundheit jeweils Länderverantwortung. Es ist natürlich schade, dass wir gerade beim Isolations- oder staatlich fixierte Isolationspflicht hier nicht einer einheitlichen Regelwerk nachgehen können. Es wäre so einfach. Wer krank ist, bleibt natürlich zu Hause, kriegt eine Krankschreibung, isoliert sich dadurch auch automatisch von der anderen Bevölkerung heraus. Und wer nicht krank ist und zufällig positiv getestet wurde, sollte sich ärztlich evaluieren lassen, ob eine Isolierung oder eine Krankschreibung notwendig ist oder nicht. Das hängt natürlich auch vom Beruf ab. Das wäre eigentlich eine normale Situation, wie es all die Jahre oder Jahrzehnte immer praktiziert wurde, dass es eine reine medizinische Entscheidung sein soll und nicht ein Automatismus von Seiten des Staates vorgegeben ist. Vielleicht nochmal ganz kurz. Aber wir haben natürlich jetzt die Situation, dass einige Bundesländer das so handhaben und die anderen so. Bei der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, da denken jetzt auch einige Bundesländer darüber nach, die Maske halt eben fallen zu lassen. Aber dann haben wir doch gerade diesen Flickenteppich. Wie sollen die Bürger damit noch umgehen? Wäre es nicht besser, alle ziehen an einem Strang? Da würde ich Ihnen grundsätzlich zustimmen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass die Regelwerke einheitlich sind. Aber das war explizit Wunsch der Länder, dass da Möglichkeiten gegeben sind, einzeln auch zu entscheiden, wie Werkzeuge verwendet werden können. Das ist im Infektionsschutzgesetz so vorgesehen. Es ist eine politische Entscheidung gewesen. Persönlich muss ich ganz klar sagen, ich hätte gerne eine Maskenempfehlung durchgeführt sehen in Deutschland und keine Maskenpflicht. Ich hätte auch gerne gesehen, dass bei der staatlich fixierten Isolationspflicht das eine reine medizinische Entscheidung gewesen wäre. Das war halt mehrheitlich nicht möglich. Aber in diese Richtung müssen wir jetzt gehen. Und es ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass die Diskussion jetzt angestoßen wird, dass einige Länder sagen, nein, es ist jetzt einfach so weit, dass wir dieser Ausstiegsszenarien auch nachgehen können. Es ist verantwortbar. Und möglicherweise wird sich hieraus eine Bewegung entwickeln, dass auch die anderen Länder das ähnlich sehen. Und da bleibe ich optimistisch. Denn wenn Sie mal schauen, wer gerade an der Regierung ist in den einzelnen Bundesländern, ist es ja durch den verschiedenen Parteispektren ja auch vorhanden, sodass hier die Möglichkeit besteht, dass in ein paar Wochen das vielleicht doch ganz anders aussehen wird und wenn wir doch einheitlich unterwegs sind. Sagt Professor Andrew Ullmann von der FDP. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.